Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Raft. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, klickt hier auf die Infocard und lasst auch ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ich färben mal wieder ein bisschen das Floß, das ist der beste, wieder ein bisschen größer zu kriegen auch. Dementsprechend ist halt echt wichtig, dass ich hier alle Materialien mitnehme. Ja, das war jetzt aber knapp. So, bitte hol uns doch mal rein. Was war das jetzt? Da ist gerade um was durchgeswutscht. Oh, Holzgär. Nein, jetzt rennst du nicht mehr. Echt, was soll das denn immer? Das ist so nervig. Vielen Dank. blöd ist halt das verbraucht auch immer dann wenn man da nicht trifft das ist halt echt schrott mann hat man von den verschleiß zunächst mann da kommt ne insel die koppeln das ist aber nicht die große insel ne ne das ist ne andere oder sagt man so nix ich weiß nicht, dass ich die dörste in da bin Ah. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. jetzt versuche ich mal auf die insel zu kommen jetzt ist es gerade wieder durch das plastik noch unanwendig vielleicht jetzt kommt es noch ein bisschen Na klar, genau in die Ström komme ich jetzt wieso nicht, weil das wieder... Ja, echt. Oder hart gegen den Wind segeln oder wie das überhaupt funktioniert dann. Ja, echt. Gildibor, komm mal weg. Weg von meinen Pflanzen. Dai, wir ballern. Knischdurchstieg Contacten noch. Mira, du bist jetzt scheinen! Wir kommen in den Lied! Na, kriegen wir das Fass. Noch ein Klo-Stack. Was? Was denn? Ich weiß nicht, warum das nur Sprachletze zu weggen. Und ich habe eine Ablage gelernt und einen Tisch. Ich brauche mir das Essen schon wieder. Sonst nie was ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Segen wir mal mit dem Wind. Weg von meinen Pflanzen, echte. Das ist Stahlrochen. Oh. Weiß, das möchte ich so langreifen. Das ist Stahlrochen. Das ist Stahlrochen. Da muss man jetzt hin. Stahlrochen habe ich jetzt selber noch nie gesehen. Ja. Kann man jetzt schon eine Weile gibt, aber hatte ich bis jetzt nie zu Gesicht bekommen. Immer nur so ein Ei. Ich bin wieder zurecht. Oh, danke, Ei. Okay. Ich bin wieder draußen fähr sauber. Okay. Oh, wie sind wir denn? Machen wir nicht so die Weile hier. Okay. 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 Ja, dumm, ey. Hallo? Es geht. Es geht. Es geht. Ah, Junge, man trifft doch gar nix. Nein! Oh, Mann, Junge, was? Okay. Ah ja, klar, meine Richte. Okay, das dreht eigentlich nichts Gelsen, aber das war nicht genau, 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 genau. Nein, 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 in deinem Schlech Oh ja! und falls ihr wissen wollt wie es weitergeht mit der nächsten spannenden episode wie unser fluss weiter ausgebaut wird und wir neue schätze finden dann klickt auch hier links auf die nächsten videos euer flint